Was sagen Sie dazu, Doktor? Tja, tut mir leid. Dem kann ich nichts mehr helfen. Dem hilft nur noch der Totengräber. Wer hat Abraham Everton erschossen? Everton ist ermordet worden! Abraham Everton ist tot! Sie haben ihn erschossen! Wer hat Abraham Everton erschossen? War es Bob, sein Stiefsohn? Oder Margie, die junge, rassige Mexikanerin? Vielleicht Hernandez, ein Mann, der nur aus dem Hinterhalt schießt. Oder Foster, ein undurchsichtiger Gentleman. Entweder du lässt den Mann sofort laufen, oder du liegst heute Abend auf dem Friedhof. Du kannst es dir überlegen, Sheriff. Bring den Mann in mein Büro. Er hat den alten Everton erschossen. Darüber entscheiden die Geschworenen, habt ihr verstanden? Eine Kugel für den Bastard. Eine Kugel für den Bastard. Ein Western, wie er sein soll. Der Mann, 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 der Mann. Vielen Dank.